Moin Moin, liebe Kunden. Tja, wie Sie sehen, vorübergehende Schließung. Aber kommen Sie trotzdem mit rein. Ich lade Sie kurz ein. Ob Bürodrehstuhl, Schreibtisch, Lampe, Kissen, Badvorleger oder auch Handtücher. Alles steht hier bei uns verweist rum und wartet nur auf Sie. Polstermöbel, Schlafsofas und auch der Esszimmerbereich. Auch hier, wie Sie sehen, sehen Sie niemanden, weil Sie fehlen. Ja, auch die Badmöbel sind bereit. Die Spiegel sind geputzt. Alles wartet auf Sie. Schlafzimmer, auch sehr übersichtlich. Wir haben ausgeschlafen und freuen uns auf Sie. Wir vermissen Sie wirklich sehr. Hier unser Eingangsbereich. Wie Sie sehen, auch hier sind wir vorbereitet in den Startlöchern für die Variante Click & Meet. Noch ist es nicht so weit. Wir hoffen da auf kommenden Montag. Und haben Sie vielleicht versäumt, sich von zu Hause aus über unsere Homepage einen Termin zu buchen? Das ist doch gar nicht schlimm. Kommen Sie einfach kurz rein zu uns hier an einem unserer Anmeldepoints. Erfassen wir Sie, buchen Ihnen einen Termin und wünschen Ihnen einen entspannten Einkaufstag. Das war sie, die kleine Reise durchs leere Möbelhaus. Wie Sie sehen, hier. Wir sind trotzdem für Sie da. Rufen Sie gerne durch 04551 501. Wir versuchen alles, was irgend möglich ist, telefonisch. Ansonsten bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie. Hoffentlich ist es bald so weit. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.